Nachdem der Druck wegen der verschwundenen Steuererklärung größer wurde, hatte das zuständige Finanzamt eine Untersuchung eingeleitet. Dabei soll die zuständige Beamtin angegeben haben, nicht im Besitz der Steuererklärung zu sein. Später soll die Frau die Papiere doch noch in ihrem Büro gefunden haben. Aus Panik habe sie mindestens eine der zwei Originaldokumente dann im Kamin einer Bekannten vernichtet. Ach Leute, kommt doch, hört doch auf. Im Kamin einer Bekannten. Das ist doch, das ist doch, das ist doch billig. Leute, damit kriegen die uns doch nicht, oder? Die Mainstream-Medien, die haben wir doch von vorne bis hinten durchleuchtet. Komm, also das ist hier wirklich, also...